Während Freigänger Katzen sich ihr Gras auf ihren Touren besorgen benötigen Wohnungskatzen einen Topf mit Katzengras. Alle Katzen sollten regelmäßig Gras essen, denn die Aufnahme von Katzengras erleichtert den Samtpfoten den Abgang unverdaulicher Haarballen. Diese Haarballen entstehen durch die tägliche Fellpflege unserer Katzen bei der abgestorbene Haare in den Verdauungstrakt gelangen. Das ist besonders in der Zeit des Fellwechsels der Fall. Im schlimmsten Fall kann es durch die vielen Haare zu einer Verstopfung oder gar zu einem sehr gefährlichen Darmverschluss kommen. Werden es zu viele Haare im Magentrag, dann versucht die Katze mit Hilfe von gegessenen Gras diese wieder loszuwerden. Sie wirkt dabei die Grashalme und Haare zusammen hoch und spuckt sie aus, steht kein Gras zur Verfügung wird die Katze sich eine Alternative zum Gras suchen. Wenn das dann eine vielleicht giftige Pflanze ist, kann das natürlich gefährlich werden für unsere Katzen. Es gibt verschiedene Arten von Katzengras. Man muss testen welches Gras die eigene Katze am liebsten mag. Man muss testen welches Gras die Katze am liebsten mag. Man muss testen welches Graschen wie sie dadurch ausgestorben haben. Man muss testen welches Graschen von Korpsen anmeldingen.